So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wie angekündigt jetzt als 15 Uhr Video natürlich das Juni Update. Ich habe jetzt immer noch nichts zu Season als eigenständiges Video gemacht, aber diese Season soll es wohl so sein, dass Pokestop Showcases immer Samstag auf Sonntag stattfinden und Montag auf Dienstag feste Termine. Dann gibt es ja diesen 3-monatigen Bonus. Beim letzten Mal war das, dass wir 2 Rates pro Tag machen konnten, 2 freie Rate-Pacer hatten. Diesmal wird es sein, dass es einen zusätzlichen Spezialtausch gibt. Also ab 1. Juni, 3 Monate lang, werdet ihr täglich 2 Spezial-Trades machen können. Das sind die wichtigsten News zu Season, weil jeden einzelnen Monat erleben wir ja eh nochmal neu, so wie jetzt den Juni. Da es keine deutsche Grafik gibt, muss ich mich leider wieder der Englischen bedienen. Verzeiht mein gebrochenes Englisch, wenn ich hier vorlese, weil bei manchen Sachen kenne ich den Namen gerade nicht und dann nöse ich den Englischen vor und dann klingt das auf jeden Fall wieder behindert. So, jetzt gehen wir mal hier rüber, gucken wir, genau so passt das. Das ist die Übersichtsseite Featured Pokémon. Hey, was haben wir denn da? Mega Rayquaza. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig brutal aus. Rayquaza ist das Liebling aller Lieblinge. Und dann auch noch in der Mega-Entwicklung. Ich habe auf dem Habanero irgendwas gesammelt. Ich glaube, einen, den ich mega entwickeln wollte, fehlt mir noch, weil ich immer noch nicht zufrieden bin. Jetzt die Möglichkeit, Mega Rayquaza Energie zu bekommen, klingt auf jeden Fall gut. Dann ist hier Zapdos dabei. War früher cool. Ist ja eigentlich mein Wappentier, das Gelbe. Aber gab es ja auch dann so oft auch als Krypto. Ist natürlich dann nützlicher als das Normale. Dann habt ihr hier Landorus. Also das ist Demeteros in seiner Wolkenform, die halt leider nicht so cool ist. Also die Tierform ist auf jeden Fall besser und nützlich und stark. Ist also der Stinker aus der Gruppe, sage ich mal, weil da finde ich sogar Zapdos noch irgendwie cooler. Dann haben wir Evil-Tal. Heftig der Boss. Wir haben Ho-Oh. So ein halb heftiger Boss. So, also das sind Sachen, die trotzdem interessant sind. Aber wann kommen die denn jetzt und wie kommen die jetzt? Das June Content Update presented by Ramses the Digger. Und dann habt ihr hier nämlich die Daten. Wie geht es denn am 1. Juni weiter? Am 1. Juni ist der Raid-Boss-Wechsel. Da befinden wir uns mitten im Umzug. Ich weiß gar nicht. Internet hier ist weg. Internet in der neuen Wohnung ist dann da. Kann man da ein Video machen und dann auch noch hochladen? Ist da Silvio da? Und Thomas, machen wir den Community-Raid vielleicht zusammen? Hätten wir nicht eigentlich Wichtigeres zu tun, als einen Community-Raid zu machen? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall vom 1. bis 10. Juni kommt Zapdos. Der sich auch wieder mega schlecht fangen lässt. Ein Elektroangreifer ist. Der ist passabel. Aber ja, gibt es natürlich auch als Shiny. Dann 10. bis 19. Juni habt ihr also Demeteros da. Das wird eine ruhige Woche. Aber ja, ich mache halt meinen täglichen Pass weg. Mal gucken, für was. Wahrscheinlich auch dafür wegen Shiny-Jagd oder so. Ein paar Bonbons sammeln für die Tiergeist-Form. Kann man ja machen. 19. Juni bis 28. Juni dann Ibeltal. Das ist cool. Das Ding kann nicht nur was als Flug. Das kann auch was als Unlichtangreifer. Sieht Shiny einfach aus wie ein richtig schön gebratener Bacon. Haben sie immer gesagt. Dann kommt noch Ho-Oh. 28. Juni bis 8. Juli. Wer da noch ein Shiny möchte, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ansonsten Bonbons sammeln. Vielleicht für eure Apex, Ho-Ohs oder für Krypto oder irgendwas. Oder wer es noch nicht hat, nehmt es halt mit. Und gleichzeitig gibt es Mega-Raids. Wir haben Mega-Garados. Stehe ich nicht. War der nicht jetzt erst? War der nicht jetzt vor einer Woche in den Raids, in den Mega-Raids und kommt jetzt vom 1. bis 10. Solange wie Zapdos da ist, auch wieder rein? Obwohl, würde ich vielleicht machen. Vielleicht sogar lieber als Zapdos. Weil das einfach cool ist. So, Mega-Garados. Also 1. bis 10. Juni. Wer noch einen Shiny braucht, wer noch ein bisschen Mega-Energie sammeln will, ist ja ein cooles Teil. Dann Mega-Simsala. Oder Mega-Alakazam. So steht es auf jeden Fall da. Mega-Alakazam. 10. bis 19. Finde ich auch auf jeden Fall richtig cooles Pokémon. Dann kommt Mega-Sharisard. Also Glurak. Y. X ist ja die Drachenvariante. Y ist ja die Feuervariante. Der ist auf jeden Fall ein Biest. Rated den. 19. bis 28. Und das Highlight 28. bis 8. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht mega entwickelt auf dem Habanero-Account. Mega-Durani da. Also Mega-Despoda kommt rein. Mega-Despoda ist für mich, glaube ich, das Highlight von allen Teilen, die da hier sind. Denn ich versuche irgendwie, wie Benjamin oder so, immer ein bisschen mehr Mega-Rates zu machen als 5-Star-Rates. Und deswegen, ja, ich finde gefühlt durchweg gehen die Mega-Rates alle genial. Und bei den 5-Star-Rates eins genial. Und dann sinkt es so Stück für Stück. Shadow-Rates, Krypto-Rates. Was ist da jetzt los? Die Leute haben gesagt, was? Lugia kommt, Lugia kommt. Kein Lugia. Gar keine Info in der Season. Aber im Juni-Update steht jetzt hier wieder, dass Raiko wieder zurückkommt. Jetzt war ja so Ikunda als letztes. Jetzt kommt Raiko wieder. Hm, ob ich da einen Community-Rate mache oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist ja trotzdem an dem Umzugswochenende. Ich glaube, da werde ich diesmal drauf verzichten. Ich habe ja einen gemacht, als er das erste Mal da war. War der überhaupt schon da? Nicht, dass es Entei und Soikun waren. Und Raiko jetzt der dritte ist. Und der war noch gar nicht in den Shadow-Rates drin. Dann muss ich den ja doch irgendwie auch machen. Naja, egal. Der ist auf jeden Fall auch cool, weil der ist gelb, der ist elektro und es ist halt einfach Raiko. So, was haben wir als nächstes? Events. Jetzt kommt die lustige Stelle. Events. Vom 1. bis 4. Juni haben wir Stadium Sites. Das ist, ist das, ist das das Event, was zur GoFest dann gleichzeitig global stattfindet. Wo ich aber noch keinen offiziellen Neyendik-Artikel gesehen habe. Alle möglichen Seiten berichten schon über dieses Event, weil das am 1. Juni losgeht. Aber auf dem Blogpost bei Pokemon.com irgendwas pupst. Ist einfach dazu nichts da. Da geht es auch um Shiny Emolka und so weiter. Also 1. bis 4. Ihr seht ja dann ingame auch alles, was da ist. 7. bis 12. Juni. Slumbering Sands. Dazu habe ich um 10 Uhr ein Video gemacht. Das Event, das fand ich cool. Das soll ein bisschen Ruhe reinbringen. Ihr habt lauter Verschlafenes. Koali Lu Shiny kommt da am Start. Also das ist gut. 9. Juni Community Day. Ist ja auch schon geleakt gewesen und angeteasert, was das wird. Ich habe aber noch keinen offiziellen Beitrag von Neyendik jetzt hier gehabt. Also habe ich da auch noch kein Video drüber gemacht. Aber ihr wisst ja sowieso das Datum und werdet den spielen. Genau wie der Classic Community Day am 22. Juni. Beide sind im Prinzip bekannt. Aber ich habe noch nicht die offiziellen News. Wo dann auch wieder die ganzen Boni dabei stehen. Die Attacken und irgendwas anderes Wissenswertes. Dazwischen 15. bis 18. Juni haben wir Spelunkas Cove. Das klingt wie ein Dinner in Amerika, wo du reingest und isst da schnell ein Club Sandwich. Das würde ich auf jeden Fall machen. Auch Event, also Spelunkas Cove. Dann haben wir Scorching Steps vom 21. bis 25. Juni. Am 22. eben der Classic Community Day. 28. Juni bis 3. Juli ist die 8th Anniversary Party. Also das 8. Jubiläum von Pokémon Go. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist cool. Da wird es bestimmt wieder Partyhüte geben. 29. Juni Elite Raid. Mega Raid Harzer. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Warum packt ihr das denn nicht in den Raid Day? Da hätte ich einen schönen Stream gemacht. Drei Stunden lang, zwei Stunden lang, wie auch immer. Wie wir es mit Groudon hatten. Wie wir es mit Kyokra hatten. Wieso packt ihr Mega Raid Harzer nicht in den Raid Day an einem Wochenende? Wo man richtig schön zusammen spielen kann. Jetzt steht da Elite Raid. Das heißt, das ist wieder nur vor Ort möglich. Du kannst nicht einladen. Du musst selber dastehen mit 30 Handys, wenn du niemanden groß hast. Das finde ich absolut kacke. Elite Raid, Mega Raid. Ich hätte gerne da an dem Tag ein paar Raids gemacht. Jetzt denke ich, ich muss es irgendwie schaffen, einen zu machen für ein Video. Und dann war es das. Vielleicht schaffe ich auch zwei oder so. Da habt ihr ja wieder dieses Zeitfenster. 12 Uhr steht hier. Also 12 Uhr mittags, 13 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr. Zu den vier Zeiten sind überall an X-Ray-Arenen in bestimmten Bereichen. Das klingt so gut. Aber es ist so wenig. Dann diese Raids, die aufgehen. Aber du hast das Gefühl, du hattest immer nur eine halbe Stunde Zeit. Musstest von einem bis zum anderen Ende der Stadt zum anderen fahren. Und hast in dieser einen Stunde, wo die da sind, vielleicht nur zwei geschafft. Und dann war das Ding vorbei. Und das ist halt keine Raid Stunde. Es sind halt Elite Raids. Die nur an ausgewählten Arenen sind. Nur an X-Ray-Arenen. Nur in Grünanlagen, Parks, sonst was. Ich hätte ein Raid Day gefeiert. Das feiere ich nicht. Die daraus resultierenden Raid Stunden sind am 5. Juni Zapdos, am 12. Juni Demeteros, am 19. und 26. Juni Evil Tal. Sogar zweimal. Das ist gut. Und wir haben noch die letzte Seite. Denn was fehlt noch? Die Spotlight-Auas. Aua! Vom Spotlight haben wir hier. Wir haben am 4. Juni Makuhita. Das ist ein cooles Kampf-Pokémon. Mit doppelt Fang-Bong-Bongs. Also Double Catch Candy, Doppelt Fang-Bong-Bongs. Dann haben wir Wingul. Am 11. Juni. Mit doppelt Verschick-Bong-Bongs. Ja. Dann haben wir am 18. Juni Rock'n'Rola. Also Kiesling. Mit zweimal Entwicklungsep. Hat man früher also immer schöne Entwicklung-Sessions gemacht. Aber mit Kiesling geht das nicht so einfach. 18. Juni auf jeden Fall. Das finde ich ein cooles Pokémon. Auch weil es Gestein ist. Ich mag Gesteins-Pokémon. Und. Das muss aber was Gutes sein. Am 25. Juni. Morelul. Das ist also Bubungus. Bubungus ist glaube ich ein Pokémon, was mehr Staub gibt. Jetzt ist der Bonus dabei. Aber auch zweimal Fang-Staub. Das heißt, es ist schon ein staubgeboostetes Pokémon. Nicht Bonbon. Und hat dann auch noch doppelt Fang-Staub dazu. Das müsste für euch die beste, fetteste, interessanteste Spotlight-Stunde sein. Alle vier können shiny sein. Wie gesagt, das ist gut wegen Staub. Ansonsten. Ja. Mag ich Maguhita trotzdem. Swing by the In-Game Shop. To get a ticket for the Pokémon Go-Face 24. Also wer noch kein Go-Face-Ticket hat, dann schnell im Juni. Müsst ihr euch auf jeden Fall eins holen. Das waren jetzt die News in dem Juni drin. Die einzelnen Events werden ja sowieso anders nochmal irgendwie angekündigt. Morgen am Donnerstag versuche ich dann also die Raider Mittwoch am Donnerstag-Folge raus zu hauen. Und wenn es bis dahin was gibt zu den C-Days, muss halt wieder 10 Uhr ein C-Day-Video kommen. Oder wenn dieses Gammel-Event, was am 1. Juni stattfindet, wenn da jetzt offiziell was ist, dann kommt halt das um 10. Ansonsten war es das jetzt. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.